Hallo zusammen, ich bin Arber. Ich bin in der Lehre als Karosserie Spengler im vierten Lehrjahr. Und heute zeige ich euch meinen Alltag. Ich habe mich für die Lehre entschieden, weil ich beim Schnuppern gemerkt habe, dass das Arbeitsklima sehr gut untereinander war. Und so hat mir auch neben der Arbeit sehr viel Spass daran. Die Voraussetzungen für eure Lehre als Karosserie Spengler sind gutes, handwerkliches Geschick und Geduld. Und in der Schule braucht man gute Matikkenntnisse und Zeichnerisch muss man begabt sein. Nach der Lehre hat man die Möglichkeit, sich weiterzubilden, entweder als Karosseriefachmann oder als Ersthalskoordinator. Oder man kann natürlich auch einfach weiterarbeiten als Karosserie Spengler. Das Schöne an meinem Beruf ist, dass jeder Schaden anders ist, dass es nie das gleiche ist. Und wenn man den Schaden repariert hat, sieht man immer am Schluss, was man gemacht hat. Also das war mein Alltag. Falls es euch gefallen, bewerben euch doch ein Kennis als Karosserie Spengler. bzw. wählen euch nur noch ein Kennis, ja wir sehen uns doch mal. Also da sind wir, ich schnauze die Voraussetzungen, Und deswegen bin ich das jetzt. Aber ins Shiny,